You're as desperate as that sounds, yeah, yeah Take these walls and rip them, rip them down Take my, yeah, zip them, zip them now So Leute, was geht? Herzlich willkommen. Hoffentlich ist mein Gesicht jetzt scharf, äh, denn ich hab noch die alten Fokus-Einstellungen von gestern. Wir spielen eine Runde SG und zwar gibt's ein kleines Themachen, Thema, 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 okay. Okay. Ähm, und zwar ist es so, dass Unity Media hat heute mal wieder richtig schöne Störungen, 92 Störungen in der Stunde, das heißt, äh, so viele Leute senden halt Störungen ein, heute Morgen war es um die 200, also, äh, macht euch da jetzt auf Leck, auf ein schönes Leck-Spiel jetzt hier gefasst, vielleicht geht's auch ohne Lecks, wir gucken mal. Wir, also Moritz, nee, Reefs PvP, äh, Jan, der hat keinen YouTube-Kanal, Reefs PvP kennt ihr wahrscheinlich alle. Wir planen ein kleines Treffen, äh, ein kleines Treffen, wo, äh, ihr theoretisch auch kommen könnt. Also jeder, der aus Köln kommt, könnte theoretisch dann kommen, also, ähm, natürlich nicht den ganzen Tag, sondern nur von so einer Zeit, so einer halbe Stunde vielleicht, ähm, und das nennen wir dann Zuschauertreffen. Also das ist natürlich kein richtiges Zuschauertreffen, äh, ich sag euch auch nicht, wann wir uns treffen und so weiter, aber, ähm, wir treffen uns halt zu dritt in Köln. Und dann werde ich, ähm, also, bei Twitter werde ich dann schreiben, wo wir sind, dann könnt ihr kommen, äh, einfach dann mal meinen Twitter-Kanal jetzt einfach mal abschicken, wenn ihr Bock habt, da hinzukommen. Da, äh, der heißt Moritz2go oder, hey Moritz, ich weiß nicht, sucht einfach mal nach beiden Namen. Dann machen wir so eine halbe Stunde irgendwas, keine Ahnung, es werden dann so zwei, drei Leute kommen oder vielleicht auch keiner, man weiß es ja nicht. Dann möchte ich aber, äh, dann nach einer halben Stunde oder so, wenn wir dann was gemacht haben, dann, äh, werden wir uns dann alleine ein bisschen durch Köln rumlungern, äh, ja, ein bisschen was machen. Und dann bitte ich euch auch, dann bitte ich uns nicht zu folgen oder irgendwie was anderes zu machen. Das waren erst gerade geile Hits und, Leute, das Texture Pack ist auch ein richtig geiles Texture Pack, nur ich bin halt gerade wieder nicht eingeschmissen. Okay, der wird mich kriegen. Oh, warum gehe ich dann auch immer drauf, Alter? Wir machen hier kein Profi-Gameplay, ähm, das wisst ihr natürlich schon. Ich möchte lieber so ein bisschen mit euch labern, das cool zusammenschneiden und daraus dann ein Video machen, weil das ist halt das, wo ich Bock drauf hab. Und ich mach nur das, wo ich Bock drauf hab auf meinem Kanal. Und der wird jetzt, wird, 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 jetzt kommen. Das reicht mir jetzt hier. So, tschüss. Ich glaub, der kann da nicht weg. Ja, nice. Ja, gut. Vollidiot. Da kommt der Spieler, der ist schon, der in den Kisten so viel Glück hat, dass er jetzt schon vollequipped ist. Und da kommt dann der tendenzielle Abstand, ne, lol. Aber der staubt jetzt gleich ab, wenn ich jetzt, ja, da ist er. Erstmal haben mich ein paar Leute gefragt, was ist mit deinem Mikro los, ist da irgendwas kaputt? Ähm, ne, da war wirklich nichts kaputt. Und zwar ist es einfach so, ich hab das Mikro so zur Seite. Und jedes Mal, wenn ich so ein bisschen, äh, seitlich rede, also wie jetzt, dann nimmt das manchmal meine Sprache nicht richtig auf. Ich weiß nicht, was das ist, ich muss es noch ein bisschen fixen. Aber, ähm, den werde ich mir jetzt ganz schön abstauben, oder? Ja, okay, dann halt nicht. Lol! Fuuuck! Neben, ja, tschüss! Okay, das meine ich halt damit, ne? Wäre das vielleicht wahrscheinlich... Damit ich jetzt hier und ich abstauben kann, nun vollidiert. Tschüss! Jetzt, hoppies! Das ist einfach so richtig beschissen, aber tut mir leid, Leute. Leute, wenn du es gefallen hast, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ähm, jo, haut da rein. Wir sehen uns bis im nächsten Video und tschau! Outro